Hallo. Hallo. So, das ist jetzt, jetzt wird es spannend, glaube ich, oder? Weil wir unsere Drohne heute zum ersten Mal steigen lassen wollen. Jetzt sind wir gerade auf der Suche nach einem Platz, wo uns keiner sieht. Und wo man ein bisschen Schatten hat. Ja, und wo ein bisschen Schatten ist, weil es total heiß ist. Und Heike hat gerade gesagt, Mensch, wenn wir jetzt eine Drohne haben, weil das da in der Gegend ist, wo wir mal Schwammerl suchen wollten, da könnten wir ja dann unsere Drohne vorschicken. Und dann machen wir eine... Schwammerl-Analyse. Eine Schwammerl-Analyse. Ach, ein Hundel. Genau. Und da, wo der Schatten ist, ist das super. Ja. Dann füllen wir gleich mal rechts ab, oder? Da haben wir uns jetzt ein schönes Blitzchen gesucht. Und da wird jetzt die Drohne aufgetaut. Das tut sich noch nix. Eingeschalten ist die Drohne, oder? Aber auch mit der wenigen Ahnung haben wir es dann irgendwann in die Luft gebracht. Das ist ja schon einmal ein Anfang. Und meine BIEP war das spannend. Hallo Drohne! Das ist ein Bild. Wo sehe ich das hier? Das spiegelt ein bisschen. Was ist immer noch kindness? Die Unversch搭. Die Einbli Claroste 방, ja. Was ist das jetzt? Ist also das BIEP? I'm young, I'm free Can't nobody tell me At last we say goodbye In my dreams we were meant to be But everything feels wrong Just doesn't feel right It just doesn't feel right 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 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020